Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem NinjaTrader Tutorial. In diesem Video werde ich euch alles erklären, was ihr zum Thema NinjaTrader wissen müsst, wie ihr das Ganze einrichtet und wie ihr euren Datenfeed verbindet und sämtliche Einrichtungen fertig macht. Also fangen wir direkt an. Als erstes benötigt ihr natürlich NinjaTrader. Dazu geht ihr auf die Seite ninjatrader.com. In dem Fall bin ich jetzt schon auf FreeLifeData gegangen und hier in dem FreeLifeDataFeed das hier. Das müsst ihr einmal ausfüllen. Es gibt nur einen Namen, Vornamen, E-Mail, Telefon. Dann wählt noch ein Land aus. Ganz wichtig, bestätigen, dass ihr kein Roboter seid. Wir wollen Futures handeln. Das ist Sign-up für ein Demo-Account. Der Demo-Account bedeutet, ihr kriegt zwei Wochen lang einen kostenlosen Datenfeed. NinjaTrader selber könnt ihr, solange wie ihr wollt, kostenlos benutzen. Das heißt, ihr braucht keine Subscription oder müsst NinjaTrader nicht kaufen, wenn ihr das Ganze nur testen wollt. Das geht in der kostenlosen Version komplett. Lediglich das Demo bezieht sich auf den Datenfeed. Bedeutet, das hier unten einmal ausfüllen, abschicken und dann kriegt ihr E-Mails vom NinjaTrader. Auf der Seite hier nach habt ihr auch direkt die Möglichkeit, NinjaTrader runterzuladen. Wir benutzen die NinjaTrader Version 8. Das hier oben. Das ist, wenn ihr ein echtes Konto eröffnen wollt. Das hier oben ist, wenn ihr ein echtes Konto habt zum Anmelden. Das heißt, das anklicken. Ihr müsst ganz viel ausfüllen, um ein Broker-Depot bei NinjaTrader Broker zu eröffnen. Das hier ist lediglich für kostenlose Marktdaten für zwei Wochen. Wie man sich bei dem Broker direkt anmeldet, erkläre ich euch selbstverständlich auch. Das heißt, das ist Step 1. Einmal ausfüllen und auf die E-Mails warten. So, wenn ihr euch für den Demo-Datenfeed angemeldet habt, dann könnt ihr den NinjaTrader runterladen und installieren. Ihr werdet am Anfang mit ein paar Fenstern begrüßt von NinjaTrader. Die könnt ihr alle schließen und ignorieren. Lediglich, was wichtig ist, ist das sogenannte Control Center. Das ist das, was ihr in der Mitte seht. Hierüber wird alles im NinjaTrader gesteuert. Über New könnt ihr Charts öffnen, Time & Sales öffnen, je nachdem, was ihr haben wollt. Über Tools könnt ihr alle möglichen Sachen einstellen. Hier Market Replays, ihr habt generelle Optionen, die wichtig sind. Workspaces sind eure vordefinierten Workspaces, wie der Name schon sagt. Das heißt, hier wird gespeichert, wo auf welchem Monitor, an welcher Position sich eure Charts befinden. Connections, hierüber stellt ihr eure Connections ein. Und bei Hilfe, beziehungsweise hier oben ist Hilfe und Support, hier stellt ihr euren NinjaTrader Lizenz Key ein. Ihr solltet immer einen Add-SIM-Key drin haben, wenn ihr irgendwas machen wollt. Damit könnt ihr dann alles im NinjaTrader kostenlos benutzen. Möchtet ihr Prop Trading benutzen, müsst ihr hier euren Prop Trading Key eingeben oder später auch euren Live Key. Third-Party Licensing ist für manche Add-ons, die das benötigen. Das benötigen wir aber nicht. Also, Step 1 ist, alles schließen, dass ihr nur noch das Control Center offen habt. Dann klickt ihr auf Connections. Bei euch ist das hier leer, ihr werdet nur finden. Kinetic, End-of-Day, können wir einmal anklicken. Dann sehen wir, bumm, wir sind verbunden. End-of-Day-Daten bedeutet, ihr habt keine Live-Daten, aber ihr könnt euch Vergangenheitscharts angucken und generelle Optionen testen. Wenn ihr mit diesen Live-Daten, beziehungsweise mit diesen End-of-Day-Daten verbunden seid, habt ihr auch direkt die Möglichkeit, ihr könnt auf Tools gehen, Historical Data. Das öffnet sich bei mir auf einem anderen Monitor, das hole ich einmal rüber. Dann habt ihr dieses Historical-Data-Fenster. Klickt ihr hier unten auf Load, geht auf Get Market Replay, könnt ihr einen Markt auswählen. Wir nehmen zum Beispiel den ES, wir wählen ein Datum aus, muss natürlich in der Woche sein, nehmen den 17.5., klicken auf Download und jetzt seht ihr hier unten rechts, jetzt werden Marktdaten runtergeladen für genau den Tag. Das heißt, hiermit könnt ihr Vergangenheitstage abspielen lassen und sie euch nochmal ansehen. Das Ganze ist nicht 100% wie die echten Daten, ihr habt nur jede Sekunde Kursaktualisierung, aber es ist schon sehr praktisch, um das Ganze zu nutzen. Das heißt, wir haben jetzt einen Tag Marktdaten runtergeladen, jetzt machen wir wieder Disconnect, die Lampe hier unten ist weg, wir haben keine Verbindung mehr. Das heißt, was haben wir noch? Playback Connection und Simulated Data Feed habt ihr noch. Simulated Data Feed ist keine Demo, sondern ihr könnt selber sagen, Kurslauf rauf, Kurslauf runter in ganz einfachen Patterns. Der läuft quasi nur in eine Richtung, wenn ihr das einstellt. Das ist lediglich, um Software zu testen. Damit kann man quasi sonst nichts anfangen. Was wir jetzt wollen, ist die sogenannte Playback Connection, weil wir haben ja gerade ein Demo bzw. ein Replay runtergeladen. Ihr seht schon, jetzt haben wir hier eine Art Media Player und wir haben den 10. bis 21. jetzt, das ist eine Zeitspanne, ausgewählt, weil ich mehrere Replays runtergeladen habe. Sag ich einfach, ich möchte jetzt von da bis da das haben und ich klicke Play. Okay, jetzt seht ihr schon, die Zeit fängt hier oben an zu laufen, aber wir sehen ja noch gar keinen Chart. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Chart aufmachen. Das heißt, wir wählen einen Chart aus. Dafür klicken wir auf New, wählen Chart aus. Jetzt haben wir hier unser Fenster, wo wir unsere Charts auswählen können. Wir wählen auf Futures. Nehmen wir jetzt als Beispiel, wir haben ja gerade den ES runtergeladen, müssen wir auch den ES auswählen. Und hier haben wir erstmal unsere Default Settings, die lassen wir erstmal drin und holen uns erstmal den Chart rüber. Machen wir das Ganze ein bisschen kleiner. Scrollen wir mal ein Stück vor. Ihr seht schon, der Chart ist auch geladen und wir machen mal Play. Und ihr seht, wir sind bei 2 Uhr nachts. Wir nehmen mal eine bisschen bessere Zeit, 13 Uhr, wo wir auch ein bisschen mehr Bewegung haben. Dann kann man hier rüber das Ganze auch schneller machen. Und ihr seht, an dem Tag, wo wir gerade sind, haben wir gar keine Daten runtergeladen, weil ich eine Zeitspanne ausgewählt habe. Das heißt, wir wählen jetzt mal den zum Beispiel 20. aus. Das war jetzt Freitag, da habe ich die Marktdaten runtergeladen. Und wir machen jetzt Play und wir stellen fest. Gut, wir sind auch nachts bei 3 Uhr, wir scrollen noch mal ein Stück weiter vor. So, an 9 Uhr, das ist deutlich bessere Zeit. Bumm, auf einmal bewegt sich der Markt. Wir sind jetzt auf 500er Geschwindigkeit, das machen wir jetzt wieder langsamer. Und ihr seht, tadaa, der Markt bewegt sich. Deswegen ist ganz wichtig, hier oben die richtige Zeitspanne auswählen. Oder am besten nur den Tag von Start bis ein Folgetag danach als Ende auswählen, damit ihr auch den richtigen Tag ausgewählt habt und die richtige Bewegung habt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich auch eine ganze Woche runterladen und wählt dann hier oben die ganze Woche aus. Das heißt, hier müsst ihr darauf aufpassen, damit ihr immer das Richtige auswählt. So, das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, das schließen wir jetzt. Das wollen wir auch nicht mehr haben. Das heißt, wir gehen auf Connections, Disconnect. Das war für Market Replay. Jetzt wollen wir ja eine Demo-Verbindung einrichten. Das heißt, ihr geht auf Configure. Ihr scrollt hier links runter und wählt aus Ninja Trader Continuum. Ihr macht einen Doppelklick drauf. Jetzt habt ihr hier unten Ninja Trader Continuum drin. Jetzt könnt ihr das hier oben umbenennen. Ich habe das in dem Fall schon mal vorbereitet. Ich habe es Ninja Trader Demo genannt. Ich habe meine Demo-Daten hier eingefügt. Demo müsst ihr natürlich hier unten drin lassen, sonst geht nicht. Und den Rest könnt ihr so lassen. Und ihr macht auf OK. Wenn ihr jetzt auf Connections geht, habt ihr euer Ninja Trader Demo hier oder eure anderen Accounts. Und je nachdem, mit welchen ihr euch verbinden wollt, klickt ihr den einfach einmal an. Gelbe Lampe bei Live-Daten dauert es natürlich immer länger, bis die verbunden sind. Das heißt, der verbindet jetzt gerade noch. Noch funktioniert nichts. Das heißt, wir müssen warten. Warten, warten, warten. Und gleich wird diese Lampe grün. Und ihr seht, ich bin mit einem Live-Account verbunden. Auf denen gerade etwas über 100.000 Dollar sind. Und damit sind wir jetzt verbunden und können wir jetzt traden. Jetzt müssen wir ja noch MZ-Pack installieren. Ihr wisst ja, dass ich mit einem Footprint trade. Dafür müsst ihr auf die Seite von MZ-Pack gehen. MZ-Pack.pro. Das ist die Software, die ich lade. Ihr müsst euch hier anmelden, also einmal registrieren. Und dann könnt ihr hier die Free Trial runterladen. Oder ihr könnt es direkt über dem Shop kaufen. Die beiden Möglichkeiten habt ihr. Das heißt, einmal hier anmelden, einloggen, die Free Trial runterladen. Dafür müsst ihr Ninja Trader wieder schließen. Einfach euch einmal durch die Installation klicken. Eine Anleitung dazu findet ihr auch auf meiner Homepage. Und das Ganze einfach einmal durchinstallieren, damit ihr das Ganze benutzen könnt. Wenn ihr das Ganze kaufen wollt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ihr geht auf Indikatoren. Es dauert immer ein bisschen. Die Seite ist ein bisschen langsam, nicht wundern. Und zwar könnt ihr kaufen. Einmal MZ-Pack Footprint Indikator für Ninja Trader. Das kostet für ein PC ca. 170 US-Dollar in der Lifetime-Version. Dann habt ihr nur den Footprint. Möchtet ihr das komplette Pack haben, dann müsst ihr MZ-Pack Indikators bis Divergenz von Ninja Trader 8 kaufen. Das ist das komplette Pack. Hier ist alles drin und ihr seht, das kostet aktuell 399 Dollar für ein Gerät oder für zwei Geräte 480 Dollar. Und dann habt ihr sämtlichen Umfang vom MZ-Pack. So, MZ-Pack ist installiert. Wir haben Ninja Trader neu gestartet. Wir haben unseren Datenfeed verbunden. Und jetzt geht es ans eigentliche Einrichten, was man zu beachten hat. Wir gehen als erstes, bevor wir irgendwas weitermachen, einmal auf Tools und auf Optionen. Bei Optionen gehen wir als erstes auf Market Data. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst hier Show Tick Replay anmachen. Das ist ganz wichtig. Darüber werden eure Vergangenheitsdaten geladen, damit euer Footprint euch auch die Vergangenheit anzeigen kann. Das ist extrem wichtig. Dann gehen wir auf Trading. Was auch ganz wichtig ist, ihr müsst hier oben den Haken rausmachen. Confirm Order Placement. Sonst müsst ihr jedes Mal bestätigen, wenn ihr ein Trade macht, dass ihr den auch wirklich machen wollt. Das ist sehr nervig. Ansonsten braucht ihr das hier quasi nicht mehr. Ihr könnt die ganze Zeit euer Accounts-Tab auflassen, damit ihr seht, was ihr überhaupt gerade an Trades offen habt. Weiter geht's. Wir gehen auf das New Feature, beziehungsweise auf den New Button. Und hier brauchen wir eigentlich nur Chart. Wir machen einen New Chart auf. Wir wählen hier unseren ES aus, den wir beim letzten Mal ausgewählt haben. Und da wir jetzt Tick Replay angemacht haben, haben wir auch diesen Button Tick Replay hier. Das ist jetzt ganz wichtig. Der muss immer an sein, damit ihr Vergangenheitsdaten laden könnt. Das ist extrem, extrem wichtig. Und hier oben bei None, da könnt ihr mein Template auswählen. Meine V3 ist die aktuelle Version. Und wenn ihr jetzt auf OK klickt, dann öffnet sich ein Chart mit dem Footprint. Um aber den Footprint zu haben wie ich, müsst ihr euch mein Template runterladen. Das könnt ihr euch auf meiner Homepage skype-trader.org runterladen. Und diese Datei müsst ihr auf eurem PC gehen. Das heißt, ihr geht auf euren PC, Dokumente, NinjaTrader 8. Dann geht ihr in den Templates-Ordner. Dann geht ihr in den Chart-Ordner. Hier könnt ihr alles rauslöschen, was da drin ist, weil das braucht ihr nicht. Und ihr fügt mein Template hier ein. Und das war's. Das müsst ihr nur runterladen, die XML-Datei hier einfügen. Und dann könnt ihr das Ganze schließen. Und dann könnt ihr sie auch hier oben auswählen. Und jetzt machen wir OK. Jetzt öffnet sich ein neuer Chart. Da wir mit Tick-Replay-Daten arbeiten, muss die Vergangenheit mitgeladen werden. Das Ganze dauert immer. Ihr seht hier oben, wenn ich jetzt einmal kurz das markiere, ihr seht hier Calculating. Das bedeutet, er ist gerade noch am Berechnen. Solange wie das Calculating dort steht, könnt ihr nichts machen. Müsst ihr warten, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und dann werdet ihr gleich sehen, schwupp, ihr habt einen Footprint. In dem Fall, wenn ihr euch nur für den Footprint entschieden habt, habt ihr nur den Footprint. Habt ihr euch für das ganze Paket entschieden, habt ihr auch noch das Volumen-Profile mit dabei. Und dann sollte das so eingerichtet sein, wie bei mir. Ganz wichtig, wenn ihr das jetzt so anhabt, und das Ganze läuft, ihr müsst mit dem Datenfeed gleichzeitig verbunden sein. Und dann seht ihr, wenn die grüne Lampen ist, habt ihr hier Marktbewegungen. Den nächsten Step, den ihr machen müsst, ist, ihr müsst hier auf ATM-Strategie stehen, oder beziehungsweise klicken, Entschuldigung. Bei euch steht da noch ein Name. Das heißt, ihr habt noch keine automatische Stop-Management-Strategie ausgewählt. Das heißt, ihr geht auf Custom, ihr geht auf Stop-Loss, gebt 10 Ticks ein, ihr geht auf Take Profit, gebt dort 10 Ticks ein. Das heißt, ihr habt einen Standard-Stop-Loss von 10 Ticks. Und das war's. Danach klickt ihr auf Save Template. Ich gebe den ganzen Mann Namen 10, 10, 15, 15, dass ich weiß, wie viel Stop-Loss und Take Profit ich habe. Ihr speichert das Template ab. Und jetzt könnt ihr hier euer Template auswählen. In dem Fall wähle ich 5,5 aus. Dann mache ich Buy Market. You must select an Instrument. Das machen wir auch noch mal ganz schnell. Wir wählen einmal Sim aus und klicken auf Buy Market. Und wir sehen, schwupp, wir sind verbunden. Und wir haben einen Stop-Loss drin, wir haben einen Take Profit drin. Ganz einfach. Wie macht ihr das, wenn ihr den verschieben wollt? Ihr klickt einmal mit der linken Maus auf einen Take Profit. Ihr müsst die Maus nicht gedrückt halten. Dann könnt ihr den Stop-Loss, Take Profit hin und her bewegen. Klickt er wieder, wird er abgesetzt. Hier seht ihr, wie viele Ticks ihr gerade vorne seid. In dem Fall ist es nach Punkten. Ihr könnt das Ganze aber auch auf Ticks umstellen, indem ihr hier draufklickt. Könnt ihr durchscrollen nach Geld, Kontosize, alles möglich. Ich mag es immer auf Ticks. In dem Fall wissen wir, dass wir 5 Ticks gerade im Minus sind. Wenn ihr den Trade schließen wollt, klickt ihr einfach auf Close. Sehr simpel. Das war es. Somit habt ihr jetzt alles eingerichtet. Ihr könnt anfangen zu traden. Euer Footprint funktioniert super gut. Wenn ihr auf die Preis- und Zeitachse klickt und eure Maus gedrückt haltet, könnt ihr den Markt stauchen und strecken. Solltet ihr euch mal irgendwo im Markt verloren haben, klickt ihr hier oben auf das F und einmal auf den File und schon seid ihr wieder ganz am Anfang. Da müsst ihr nur noch eure Zoom-Stufe hier unten anpassen. Wenn ihr die Steuerungstaste gedrückt haltet, bei gleichzeitig gerückter linker Maustaste könnt ihr den Markt in jegliche Richtungen verschieben. Das Ganze bestätigen wir wieder. Jetzt geht es um die Einstellungen. Wenn ihr Rechtsklick Indikatoren macht, kommt ihr in eure Settings von eurem Ninja Trader rein, wo die ganzen Indikatoren uns zufügt. Hier seht ihr unten einmal den Footprint und ihr seht einmal das Volume Profile, wo ihr sämtliche Settings einstellen könnt, wie ihr wollt. Dazu gibt es noch mal ein gesondertes Video. Wichtig, solltet ihr mal hier nicht die Vergangenheitsdaten haben, wenn ihr einen neuen Chart aufmacht, dann habt ihr in dem Bereich hier oben eine rote Fehlermeldung, wo drin steht Tick Data Not Enable. Da macht ihr einfach einen Rechtsklick Data Series und könnt hier Tickdaten neu ein- und ausschalten. Genauso bei Rechtsklick Data Series könnt ihr hier unten Plot Executions Text and Marker machen. Macht OK und ihr seht, das war gerade der Trade, den wir gemacht haben. Alternativ könnt ihr auch mit STRG E das Ganze ein- und ausschalten. Das ist auch sehr praktisch. Aktuell haben wir ja nur einen einzigen Chart offen. Wenn wir zum Beispiel mehrere Charts aufmachen wollen, können wir einfach hier unten auf unseren ES einen Rechtsklick machen, machen Duplicate in New Tab. Jetzt haben wir hier unten einen neuen Tab und schon haben wir einen zweiten ES Markt auf, der natürlich wieder den Footprint laden muss. Das heißt, ihr müsst wieder kurz warten, bis das Ganze geladen ist. Wenn das geladen ist, habt ihr einen zweiten Chart offen und könnt hier oben links, wo gerade erst 0622 steht, natürlich auch einen beliebigen anderen Markt auswählen und der muss dann natürlich auch wieder neu geladen werden. Hat aber den Vorteil, wenn ihr jetzt hier den neuen Markt auswählt, was auch immer ihr haben wollt an Futures, habt ihr direkt die Settings übernommen, müsst nichts neu laden und alles passt, so wie ihr das haben wollt. Wenn ihr jetzt euren Trading Tag beenden wollt und ihr wollt sagen, super, ich möchte gerne alles schließen, dann klickt ihr einfach nur auf das X im Control Center, ihr lasst eure Charts offen und ihr macht Yes. Weil wenn ihr Yes macht, werden alle eure Settings gespeichert und beim nächsten Mal sieht alles wieder gleich aus. Also niemals die Chart schließen, einfach das Control Center schließen, immer Yes sagen, dass alles alte gespeichert wird und schon habt ihr alles vernünftig eingerichtet und seid zufrieden. Das war es mit den Grundlagen NinjaTrader Tutorial. Es folgen weitere und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, euer SkypeTrader. und ich wünsche euch einen Tag,